Und das ist das nächste Minute der Kupalauslechstung. Da haben wir auf dem Kontakt gegen der neunischen Zeitpunkt gedacht von Leo Bick. Applaus Hallo Orland, Hallo Orland, Hallo Orland, Hallo Orland, Hallo Orland, Hey! Alter! Was ist denn das? Was ist denn das? Ja! Wir sind hier in der Tür, wo wir stehen, wo wir die Männer mit Siegen sehen. Kommt, feuern wir sie an, sodass wie jeder kann, damit wir mit der Bundesrepublik ausfahren. Kommt, feuern wir sie an, sodass wir sie an, sodass wir sie an, sodass wir sie an. Applaus 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.